Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, die Farbe des Bademantels ist sehr schön. Das Material weich und angenehme. Unsere Tochter trägt ihn sehr gerne. Kann ich nur weiterempfehlen. Wunderschön. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.